In der vorläufig letzten Ausgabe von Sison Focus will ich Ihnen die anderen Standorte unserer Partner sowie jene von Sison betrachten. Taipei, Songzhang, Vancouver, Pampanga, Belfeld, Offenbach, Stafford, Dubai, Shenzhen, Naples, Pressbaum, Bukarest, Sofia, Pilsen, Budapest – 14 Standorte in 14 Ländern auf drei Kontinenten, in Summe über 1700 Mitarbeiter. In unmittelbarer Nähe von Shenzhen, Guangzhou, der Canton Tower, mit 500 Metern das fünfthöchste Gebäude der Welt. Hauptwerk Fitok, Offenbach, Produktionsstandort von Fitok in Europa und Zentrallager für Europa. Stafford in Texas und Dubai, Ausgangspunkte für die Marktbearbeitung in Nordamerika und den arabischen Raum. Taipei, 2,7 Millionen Einwohner pulsierende Metropole, das 1 und 101 mit 508 Metern das zehnhöchste Gebäude der Welt und Flagship-Stores kennzeichnen, das Stadtbild. Hier befindet sich das Herzquart der 1984 gegründeten Haithiemann. Vancouver, 2,3 Millionen Einwohner, die größte Metropolregion Westkanadas und die drittgrößte des Landes. Haithiemann, Zentrallager für Nordamerika und Kanada. Shongsang, Belfeld, Bambanga. Pressbaum, seit 2014 Stadtgemeinde mitten im Wiener Wald mit etwas über 7.000 Einwohnern. Verkehrstechnisch hervorragend gelegen durch eigene Anbindung an die Westautobahn sowie eigenen Bahnhof an der Westbahn. Von hier aus beliefern wir unsere Vertriebspartner in Pilsen, Budapest, Bukarest und Sofia. Pilsen ist zuständig für Tschechien, Polen und Slowakei. Die Kunden in Österreich sowie Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Mazedonien und Montenegro werden von Pressbaum betreut. Sison ist zuständig für neun der 28 EU-Staaten mit 107 Millionen Einwohnern und für vier Nicht-EU-Staaten mit 14,3 Millionen Einwohnern. Flächenmäßig ist das mehr als ein Drittel Europas. Napa in Kalifornien. Durch das mediterrane Klima gedeihen die Napa Valley-Weine, die seit den 1960ern zu den Weltbesten zählen. Hier wurde 1987 APTEC Advanced Pressure Technology gegründet. Auch nach der Übernahme durch SMC Weltmarktführer in der industriellen Automation mit 15.400 Mitarbeitern blieb APTEC unabhängig. Der Markenname blieb erhalten. In Napa entwickeln, konstruieren und fertigen ca. 100 Mitarbeiter hochwertige Druckregler und Membranwelldiener aus Edelstahl. Ich denke, dass ich Ihnen in den sechs Folgen der Sison Focus für Sie wichtige Hintergrundinformationen in attraktiver Form geben konnte. Und ich freue mich, wenn Sie einige Minuten Zeit nehmen und mir Rückmeldungen geben bzw. Fragen stellen. Sie erreichen mich unter plus43-664-200725 oder E-Mail www.kl.muella-sison.at www.slrm.atrestri.com Vielen Dank. Vielen Dank.